Willkommen zu einem neuen Star Stable Special! Spirit soll bei den vergessenen Feldern aufgetaucht sein. Da schauen wir mal jetzt ganz schnell hin und hoffen mal, dass er da ist. Zack, zack. Es sind schon bestimmt wieder einige auf dem Weg. Ja, wir brauchen jetzt aber nicht mit dem Transporter fahren, nicht mal die kleine Strecke da runter. Falls er nicht da sein sollte, dann wird's doof. Dann müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen suchen, mal schauen. Oder es hat ihn bis dahin doch noch jemand gefunden. So, der Reithalle gleich vorbei. Wird immer noch gut bewacht von Techno, dem Kleinen. Ja. Da steht noch jemand im Transporter. So, dann müssten wir hier hinten über den Fluss kommen. Genau. Ja. Ja, das wäre schön, wenn Spirit nochmal hier wäre. Vergessene Felder. Das sollten wir dann wenigstens schaffen mit seiner Aufgabe. Na, jetzt sind wir ziemlich weit links. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier rüber, falls er da sein sollte, ist er doch meistens hier hinten. Zumindest war er bei mir bis jetzt meistens hier. Da haben schon welche Spirit. Ja, aber er ist hier. Aha. Er dürfte hier vorne sein. Ja, er ist es. So. Spirit, was gibt's? Spirit neigt den Kopf und schnaubt. Es scheint, als möchte er dir etwas sagen. Oh, ist das süß. Spirit. Anscheinend hat sich ein Huhn verlaufen. Ob Spirit will, dass ich dem Huhn helfe, wieder nach Hause zu kommen? Hä, wo soll denn hier ein Huhn herkommen? Jetzt. Okay. Ist das bei den Schafen auf der Weide? Ach so. Da muss es bestimmt hoch zur Unglücksraben fahren. Ja, da kümmert sich doch keiner um die Tiere. Wo ist denn dieses Gehege? Das wird schon früher oder später da hinlaufen. Joa, Spirit. Bin ich jetzt mal gespannt. Was läuft da weiter? Hm. Also das Huhn muss auf jeden Fall hier hinten bei den Schafen sein. Hier laufen, läuft die Dreierdruppe rum. Da ist es. Und dann. Das funktioniert wohl ja auch mit Pferd. Es läuft immer nur irgendwo sonst nur rum. Na. So, Hühnchen. Huch. Okay. Das macht sich auf den Weg nach oben. Ach ja, Hühnchen. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Ja, und hier dreht es wieder um. Wir müssten eigentlich da hinten zu der Scheune. Ich meine nämlich, da war mal so ein... Oder da ist der Hühnerstall, sagen wir es mal so. Er war nicht nur da, er ist noch da. Genau. Na los. Auf nach Hause. Ja, doch. Jetzt sollte es aber gleich ankommen. Da ist es bei den anderen. Da ist immer noch die Frage, wer kümmert sich um diese Tiere hier? Um die Schafe, Kühe und Hühner. Das Huhn beginnt fröhlich am Boden nach Nahrung zu picken. Es wirkt glücklich, wieder zu Hause zu sein. Spirit ist dankbar für deine Hilfe. Gute Arbeit. So, du und Spirit seid gute Freunde geworden. Das nächste Mal, wenn Spirit in Jobbik auftaucht, hat er eine weitere Aufgabe für uns. Genau. So. Na gut. Dann hätten wir auch das geschafft. Mal schauen. Wir dürften jetzt noch so ungefähr 2000 Erfahrungspunkte. Genau. 2000 Erfahrungspunkte fehlen mir noch. Das heißt, ich muss sie noch wenigstens acht Mal finden und Aufgaben auch erledigen können. Sonst, ja, bringt mir das nicht viel. Gut. Das wird jetzt aber trotzdem noch ein bisschen dauern. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.